Müssen wir wirklich schon nach oben gehen? Es ist gut, dass ihr nicht den Flugzeug zu eurer Großmutter setzt. Die Klöpplein, nein, ne? Die Klöpplein, nein! Kleinkam, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist ein... Alles in Ordnung? Ich habe nur meine Kinder. Ich bin weder ihre Mutter, noch nichts weiß. Wie lange sollen wir denn noch verlobt bleiben? Naja, wir werden sie verlobt. Wenn die Kinder jetzt bei uns wohnen, werden sie merken, was du mir bedeutest. Alles einfacher. Ich muss zumindest vergessen. Noch einiges für die große Kala besprechen. Grazie. Möchten Sie gleich früh früh? Oh nein, danke. Ich wollte Sie fragen, ob Sie heute Abend frei haben. Charlie ist in Salzburg, wissen Sie? Charlie? Das ist doch... Verlobte. Ja, schon, aber das mit den Rindern ist nicht so richtig. Das ist kein richtiger Verlobungsring. Die Steine machen sich nicht. Werbe ich. Also, ich wollte jedenfalls mit dem Zug hinfahren und ihn überraschen. Der Glückliche. Die Gara ist erst auf dem Abend. Sie kamen. Ruhig, so lange bleiben. Ich kümmere mich um Ihre Unterbringung. Nein, 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 das ist nicht nur... Nein, nein. Ich werde ein hübsches Garten drauf machen. Hallo, ja, Baby. Danke. 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 Hallo. Ist Charlie Cruikshank schon im Hotel eingetroffen? Ja, er hat gewonnen, da wollte ich Ihnen ein bisschen überraschen. Wissen Sie, ob er für Abend schon etwas reserviert hat? Einen Augenblick. Ein Gartenrestaurant. Gut, danke. Hi. Hi. Was macht ihr hier, wollt ihr mich fragen? Nun, ich... Ich halte euer Gartenzwochen auf euch auf. Er musste ganz schnell auf eine Geschäftsreise. Das Barracuda-Bürger hat uns hergeschickt und gesagt, sie hat das mit dem Garten zu tun. Wir können ja auch wieder gehen. Nicht doch, kommt rein. Na, macht schon. Rein mit euch jetzt zwei. Ich dachte, das schon alles für die geiler Vorbereitung ist. Ja klar doch, als wir das gesagt haben, hat sie gesagt, das Leben schlägt vor der kleinen Überraschung hin. Ihr habt gesagt, die Hochzeit mit einer ganz großen Überraschung. Ist das nicht, Fabia? Oh ja, ich schicke euch auch zu uns, denn der wird sich beide hierher. Na, hör mal, ich kann doch nicht, wo du meine Braut kommen kannst, Heira. Also, wir sehen uns dann am Sonntag. Wiedersehen. Haben Sie Charlie schon gesehen? Nein, ich wollte ihn heute überraschen, wisst ihr? Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen, wenn er sich... Seid ich still, ja? Die war gestürzt, um das denn allein zu sein. Wir bleiben einfach hier. Zuschauer, Charlie wird ganz schön getäuscht sein, wenn er euch nicht kennenlernt. Sie meinen, Sie lernen uns ein, mitzukommen? Unter drei Bedingungen. Keine Farbe, keine Mäuse und keinen Kleber. Geht klar. Wow, das ist ja fantastisch. Ich erinnere jetzt schon mal, dass wir so einen leckeren Kuchen haben. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ja, weißt du, wie man die Kamera bedient? Kannst du ein Bild von uns machen? Sag, Cheese-Hängelchen. Ähmisch! Was hast du gesagt? Heißen sie vielleicht Charlie? Ja, genau, wieso? Bist du ein Zaubertag? Nein, aber am liebsten würde ich sie verschwenden lassen. Ein komisches Kerlchen. Der will wohl was mal sein ganz für sich, was? Komm wieder, wenn du mehr Tiefen in die Stimme hast. Toller Witz. Wirklich super. Ach Kinder, das ist ja so romantisch. Ich kann's gar nicht davon, Charlie zu sehen. Und diese Mauern, die sind bestimmt tausend Jahre alt. Und wie das Kerzen, das sich in den Steinen widerspiegelt. Es ist unglaublich. Als wäre man im Mittelalter. Charlie würde begeistert sein. Jenny, da ist eine Sternstoffe, oder? Wo? Da oben, sehen Sie die? Nein, ich hab nichts gesehen. Oh, macht nichts. Alex, das Licht auf Jennys Gesicht ist perfekt. Könntest du das vielleicht zeichnen? Ich glaube schon, aber nur wenn sie ganz still ist. Moment mal, was ist los mit euch beiden? Gibt's da drüben etwas, das ich nicht sehen soll? Ja. Und lächeln. Jenny. Charlie, key is up. Jenny, das ist Michelle. Michelle, ist eine bekannte Jenny. Bekannt? Bekannte? Michelle, versteht sowieso nicht viel. Wann kannst du genauso gut verlobt sein, Charlie? Verlobt seid ihr? Du, ich hab mir alles erklärt. Das ist eine Mose. Das ist eine Mose. Das ist eine Mose. Frau Bisschenel. Kann ich mir erklären, warum der Mann mit dir doch ein Leben verlobt sein sollst mit einer anderen Frau? Oh, klutsch. Und das in dem romantischen Wort, der, den ich je in meinem Leben warf. Ja, ja. Oh, ja. Wie schnell ist deine Reisebekanntschaft? Habt ihr heute Morgen im Zug kennengelernt? Du kennst dieses Mädchen erst seit ein paar Stunden und schon tischst du vor alle Augen mit ihr rum? So war das nicht mal bei uns. Komm, Jenny, das ist doch keine große Sache. Es ist einfach so passiert. Ganz spontan, stimmt's? Ganz schön klar, das wird nichts. Tja, dann verstehst du auch bestimmt ohne weiteres diese spontane Geste. Warum ist er gerade jetzt so angeschwollen? Wir sind sowas von falsch, da kann man nur Mitleid haben. Sehen Sie nicht. Leb wohl, Charlie. Jenny, warte, warte. Jenny, hör mal, Jenny. Jenny, hör mal. Puh. Jetzt vers sie rum, wir sind wieder zu verwerden. Jetzt vers sie rum, wir sind in der Verschwarte. Die Liste helix los, den Brenzie Huss. War das, wenn du an nichts zuhören? Oh, mein Baby ko. Ich habe es. Kannst immer dich was, Charlie. Ich habe es noch. Oh, ich weiß. Tja, ich bin mir sogar erleichtert. Ja, ich hab dich auch nicht verliebt. Ich ruf dich wieder an, wenn ich in Wien bin. Ja, Wiedersehen. Hä? Nein. 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 Nein, doch. Nein, weil ich nicht glauben bin hier. Okay, jetzt hast du mich erst richtig neugierig gemacht. Also, gib hier. Oh, scharfe Fotos. Oh la la. Mann, oh Mann. Oh, mein Schlimmer. Ist ja ein richtiger Aufreißer, unser Charlie. Bei dem ist alles zu spät. Och, meine Kamera wurde misstraucht. Ich werde sie nie wieder sehen. Charlie, hey. Halt den Dienstag, meine Kamera wird laut. Uh, Oh. George, wie ist existed? Oh, har du ihn? Sieh, deine Kamera! Ach! Ach! Wie ist er? Hier kommt Trouble! Hier ist Johnny, kann ich mit der Koffer sprechen? Nein, es tut mir leid, er ist noch nicht von deiner Geschäftsreise zurück. Wir sind bei Hauptwochen. Was? Oh, das ist ja ganz furchtbar! Wir haben uns das Geld gestohlen, die drei Katzen an. Es tut mir leid, wir haben ein bisschen was diskutiert hier. Ich weiß, Sie haben so viel Arbeit, sieht ja geil aus. Nicht Alba, Sie überbeißen sofort etwas Telegramm.